willkommen zu einer neuen runde was habe ich nicht schon wieder also es gibt es auch manchmal drücke ich hier ein knöpfchen und dann so ich stelle mal kurz mein sound anders machte ich mal ein bisschen leise und dafür den spiel ein bisschen hallo ja okay können weitergehen ja genau das sieht gut aus wieder auf ein fröhliches sterben und diesmal gibt es auch wieder zum moichler wird verbannt also mega schnell vielleicht haben die den auch so zufällig gefunden so ein schuss genau aber das ist auch die waffe die ich vorhin hatte die hatten richtigen bums also da wo die da wo die zuschlägt einmal oder einschlägt wächst kein gras junge ich treffe ja gar nichts jetzt ach da drüben ist es gehen wir da doch mal hin mittlerweile habe ich mich an die geschwindigkeit auch gewöhnt ja ich auch am anfang fand ich das so langsam ja der wird immer gut gemessert ja sonst verschwindet man da nur recht unendlich viel munition das stimmt das kann man mal machen wenn man zombies wegballert und dann raus geht um irgendwie punkte zu sammeln aber ansonsten ist das wirklich wenig sinnvoll hier gibt es munition ich komme mal ran ah danke munition ist gut wo muss man jetzt hin hier können wir lang weiter das zerfetzt den immer aber ein schuss ist echt übel gerade weil sie langsam ist noch gerade beim nachladen eine stelle vor davon hast du eine die jetzt so fünf schuss oder so dann wird es aber barm 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 und dann weiter würde richtig abgehend das ist auch wieder ein zombie hinter mir hinterher da warte fährt das lassen wir mal am leben genau kann sich weiter quälen ja auch nett oh gegner da oben ist es weiter bis er da nachgeladen hat er ist eine patrone ne ich habe auch nur ein schuss in dieser war für immer und jedes mal muss er nachladen dann an ja das ist auch so eine strategie wahrscheinlich kann man irgendwann mal ausweichen also zumindest den gegner so lange bis sie die ganzen schüsse weg haben und wenn sie dann nachladen geht man drauf los ja das ist auch schwierig gerade bei dem bewegungsapparat finde ich das hier sehr schwierig das stimmt das ist ja auch nur ein schluss mit der armen brust hier genau alter das ist aber jetzt auf gegner schließen das ist aber sowas von so also also spritze oder soll ich dir mal eine verpassen nö ich habe noch nur eine 10 habe ich ja noch aber da ist dieser dicke warte mal ich schmeiß mal ne da hat es gut ich glaube das hat mich gericht äh ja ich sehe nur nebel aber aber ich glaube es hat ihn zerlegt meinst du ja ja oh ja gut weil da eine dynamitstange ein trophäe haben sie auch schon eingesammelt alter das gibt es doch gar nicht ja jetzt haben wir es super es ist voll weit weg alter aber wirklich mit unseren mega waffen werden wir das bestimmt schaffen ich denke auch das wird richtig geil warte wenn ja irgendwie spinne ankommt oder so nee das ist diese 88 schwein genau ist ja oben bestimmt das eine ist das schwein und das aber die sind schon da auch unter alter hat sie ihn zerlegt ja ne ja aber ich denke mal es gibt doch noch einen oder die kommen ja meistens zu zweit an die sind direkt vor uns hier jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen oh ich sehe da oben ballern oh ich wurde eben von rechts angeschossen ich muss hier hinter ähm oben rechts die müssen irgendwie auf dem dach oder so sein ja scheiße jetzt kommt noch dazu okay ich hab die armbrust ich hab ja ne äh sniper ich guck mal ob ich die von hier irgendwo sehe ja ja ich wurde schon wieder auf mich geschossen der muss aber jetzt hier rechts irgendwo sein bei dir in der nähe da so von der seite meinst du ja ja irgendwie ich wurde schon wieder angeballert gerade auf was ich bin weggelaufen gib mir nochmal eine spritze mensch wo ist denn der penner ich hab keine ahnung der hat ja auf mich geballert aber auf dich nicht irgendwie ja das ist komisch oh ich sehe alter und dann voll mit dem ja getötigt durch winfield schalldämpfer ich bin weggelaufen